Die Wollnys sind zurück auf RTL 2 mit neuen Folgen aus LCA. Doch ein Familienmitglied befüllt eine XXL-Tablettenbox. Ist er schwer krank? LCA, seit Anfang März laufen erneut neue Folgen die Wollnys auf RTL 2. Die Fans können endlich wieder mitverfolgen, wie das Leben der Großfamilie in ihrer Wahlheimat Türkei läuft. Die Töchter leben das Familienglück, Sarah Fina, 29, und Loredana, 20, genießen die Zeit mit ihren Babys. Doch ein Detail beunruhigt die Zuschauer, ein Familienmitglied befüllt in der neuesten Episode, ausgestrahlt am 6. März, eine XXL-Pillendose. Ist er etwa ernsthaft erkrankt? Die Wollnys liefern beunruhigende Bilder, Harald sortiert Tabletten in XXL-Box. Bei die Wollnys werden die Zuschauer erneut mit der Krankheit von Silvias Lebensgefährten Harald Elsenbast, 63, konfrontiert. In der neuen Staffel ist zu sehen, wie Harald seine Tabletten akribisch in seine riesige Pillendose einsortiert. Kommentiert wir das von Silvia Wollny, 59, allerdings nicht. Schon länger leidet Harald unter Herzproblemen und erlitt bereits einen Infarkt. Er saß nach seinem Herzinfarkt im Rollstuhl und benötige laut Silvia Wollny ein Spenderherz. Angesichts der vielen Medikamente hat ihr Partner wohl nach wie vor Probleme mit seiner Krankheit. Besorgt um Haralds Gesundheit, die Wollnys verbringen trotzdem Zeit in der Türkei. Das Leben von Silvias Partner ist keineswegs immer stressfrei. In den letzten Monaten hatte Harald alle Hände voll zu tun, vom Hauskauf und der Renovierung in der Türkei über die Eröffnung der Wollny-Boutique in Ilika bis hin zu Familienstreitigkeiten und der Verantwortung als Ersatzvater für die kleine Püppi. Immer wieder fragen sich die Fans, wie geht es Harald Ilsenbast heute? Angesichts der Bilder, die in der neuen Staffel zu sehen sind, dürften die Wollny-Zuschauer sicher sehr bedrückt, aber auch erleichtert sein. Zwar muss der 63-Jährige offenbar einige Tabletten schlucken, allerdings scheint es ihm so gut zu gehen, dass er selbst die Hitze in Ilse A gut verträgt. Übrigens, bei einem Stromausfall in der Türkei kommt es zum Streit bei den Wollnys.